So, hallo und herzlich willkommen meine lieben Freunde zu einer neuen Runde Minecraft, aber diesmal immer noch ein Together, aber nix mehr mit unserer Welt. Ich bin hier mit dem Versus Player, auch hier Amodos genannt, zumindest in Minecraft. Oh ja. Wir spielen Hunger Games zusammen. Tja, was bedeutet das? Es sind viele Leute, das seht ihr. Bedeutet nichts anderes. Versus, willst du erklären? Nein, danke. Also gut, die Runde geht gleich los. Ich glaube, circa drei Minuten oder so waren es. Ja, zwei Minuten jetzt nachfragen. Irgendwie so, also dann heißt es eigentlich nur noch überleben. Es ist ein PvP-Game, man muss sich selbst Rüstung, Waffen und so weiter so schnell wie möglich schmieden und alles andere dann einfach abmurksen und bis zum Ende als letztes überleben. Und dann bist du cool. Ja, das war's eigentlich, ne? Ja, das war's eigentlich. Irgendwie flecht mich dieser Skin von denen ein, von diesen bunten. Oh ja. Da, hier, da steht der, hier, der hier. Ja, den find ich geil. Der sieht schon cool aus. Das ist ein Regenbogen. Hallo, Regenbogen, Mann. Ehrlich, schau mal den Skin an hier, der auf dem Kaktus steht. So eine schlechte. Sieht echt edel aus, der Skin. Sieht echt gut aus. Sieht gut aus. Das ist so ein Selbstgemachter. Glaube ich. Denke ich. Meine ich. Vielleicht. Kann sein. Vielleicht auch nicht. Sag mich ja, wie auf den Kaktus gekommen ist. Ah, da, genau. Ja, einfach hier so drüber springen. So? Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. War nur ne Testfrage. So, und wir haben das ja schon öfters gespielt. Wir haben ne Taktik. Und zwar Holz holen. 20, 6. Schnell ne Workbench machen. Schnell Schwörter machen. Weiterrennen. Essen suchen. Vergraben, Eisen suchen und alles mögliche abmetzeln. Aber es geht irgendwie bisher immer schief. Wirft wurden die Erste. 50 Mal. Ja, mindestens. Unendlich Mal. Ja, ja. Wenn nicht noch mehr. Unendlich und 1. Guck, hier rennt einer rum. Der hat einen Umhang an. Wie geht denn das? Das ist okay. Hier, wo stehst du? Stehst du bei dir hier? Ja, ich bin bei dir. Siehst du den? Ja, der, wo oft draufsteht, ne? Ja, warum hat der einen Umgang an? Wie geht das? Ist das vielleicht ein VIP oder sowas? Da läuft einer in der Badehose rum. Und dass das so ruckelt, ist normal. Ach, wer ist es? Wir treffen uns hier unten. Am Anfang vom Ruckel. Okay. Dieser Airship, der ist cool. Ja, aber wenn man das halt nicht drauf hat. So. Nein. Ich bin vom Litz getroffen. Man ist die ersten 2 Minuten, ähm... Wie soll ich sagen? Unverwundbar. Du hörst es? Siehst du mich? Quatsch. Nein. Ja, ich seh dich. Gut, komm mit. Weil die Bäume hier werden alle abgegrast. Da komm ich an keinen einzelnen Baum dran. Ich will da hinten an den Baum. Ah! Hört doch auf mich wegzustumpen, mir Schweine. So. Boah, die wollen alle das Huhn haben. Jetzt. Tja, nichts zu geben. Oder ich hab's einfach nicht bekommen. So, da ist... Ein Baum vor uns. So, ich hab 20. Reicht vollkommen. Oh, jetzt hab ich sogar 30. Ja, ich hab auch 20. So, jetzt war ich nämlich immer ganz schnell hier. Zack, zack, zack. So schnell wie möglich. Adi, weil wenn wir gleich in einer Minute nicht mehr... ...unverwundbar sind... ...heißt es eigentlich nur verstecken. Oh, Wurst, ich glaub, das schaffen wir nicht von der Zeit, gell? Ja, glaub ich auch. Ähm... Ja, versuchen kann was, ja. Ja, komm, rennen wir weiter ein Stück. Komm, egal, 50 Sekunden. Dann diesmal nix mit der Taktik, weil wir zu lahm waren. Dö, 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 dö. Dö, 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 dö. Oh, da hinten ist auch Urwald. Im Urwald finden wir kein Essen. Adi, weil, muss ich auch erklären. Wenn man hier nix isst, stirbt man. Also nicht so wie normal, dass man da beim Dreherzen stehen bleibt. Nein, man ist einfach down. Vorbei, Nito, tot. Deswegen auch Hunger Games. Genau. Ähm. So, und die Plätze schlagen übrigens ein, weil das die, äh, Kunde erläutert, dass es gleich losgeht. So, sieben, sechs. Und ich seh schon unser erstes Opfer davor da rumlaufen. Ohne Schwert, wenn du weh. Der ist da runtergejumpt. Ich hab doch hier noch kein Schwert, ne? Ähm, ne, ich hab noch kein Schwert. Ja, komm, dann, ich glaub, die sind weit genug weg, oder? Sollen wir uns... Ah, ne, guck mal, hier ist direkt Stein. Dann bleib doch einfach hier. Oh, du, gute Idee, oder? Ach, du hast die Workman nicht mitgenommen. Oh, ja. Oh, yeah. Da hinten ist jemand. Ja, solange er nicht auf uns zukommt, lass mich mal erst mal Steine holen. Wir sehen die nicht. Das sind zwei. Die hauen die dann weg, oder? Meinst du, die zwei? Ne, zwei ist schlecht, glaub ich. Ja, mit... Ja, wir können sie unterschauen. Vielleicht verfolgen die sich auch mal. Hier. Äh, so, bitteschön. So, wir sortieren. Das kann dahin, das kann hier hin, das kann dahin. So, essen. Essen. Essen, essen, essen. Bei mir sind irgendwie hier voll die Fails, von der Textur her. Echt, wenn wir nicht. Aber so mega Fails. Ja. Die waren auch nur an der Stelle da. Warte. Da war gerade ein Name, ich hab ihn gesehen. Aber er ist weg, egal. Eine Kuh. Göttlich. Göttlich. Zwei Fleisch. Da hinten ist ein Huhn, Huhn, Huhn. Wund, Wund, Wund. Ja, hier, bei mir auch. Hier, oder meinst du das? Da. Da ist auch ein Wolf. Aber wir haben leider noch nichts. Da ist doch ein Huhn. Hinter dir. Ha, ich hab zwei Fleisch. Und nochmal zwei Fleisch. Ein Hühnchen hab ich. Ähm, ein bisschen Braumirg glaub ich noch, oder? Ich weiß jetzt gerade nicht. Ja, ja. Einfach Trifte. Außer wir finden vorne eine Höhle. Oh, ich glaub ich hab eine Höhle gefunden. Hier ist ein Ritzel. Oder nein. Das ist gut. Hier gefällt's mir. Hier bleiben wir. So, und der Kompass übrigens, Leute, ist dafür da, um, ähm, ja, ne? Nur ein Durchgang hier. Äh, was wollt ihr jetzt sagen? Der Kompass ist da, um Leute anzupointen, um sie zu finden. Ach, genau, so, genau. Dankeschön, Börses. Bitte, Börse. So, ich hab auf jeden Fall eine Steinspitzhacke. Oh, langsam krieg ich Hunger. Ja. Ja, und ich hab nicht mal eine Steinspitzhacke. Hier, nimm die Holzpackke. Bitteschön. Ich bin so liebenswürdig. Toll. Was ist das hier für eine Höhle? Ja, eben, wollte ich da ja... Und in die andere Richtung? Ja, das sieht schon ein bisschen besser aus hier in die Richtung. Oh, hier. Hier, ein bisschen Kohle. So, brennen. Kohle. Da ist Eisen. Da hinten ist auch Eisen. Ich komme. Wo? Da, ist Eisen. Hier, da. Da unten ist noch mehr Eisen. Also ziemlich viel. Das ganze Eisen ist alles lebenswichtig. Lebenswichtig. Ich würde sagen, hier machen wir so ein Mitten-Dings da rein, oder? Ja, aber wo ist jetzt das Eisen? Zeig's mir erst. Mit? In welche Richtung? Ah, du verwirrst mich. Ja, sag mal, jetzt in welche Richtung denn? Rechts. Du verwirrst mich versus... Das machst du aber mit Absicht. Gibst du. Du willst, dass ich sterbe, dass ich mich so lange kreistreblich verhungert bin. Und hier runter noch. Ja. Und tschüss. Toll, eins. Ja, da gibt's schon mehr. Komm, gib mir hier weiter. Jo. Solange wir hier Eisen finden, ist das natürlich mehr als genial. Noch mehr Eisen. Unten ist da ganz viel perfekt. Ja gut, aber oben ging nochmal die Höhle in die andere Richtung weiter. Und jedes Eisenstück ist wichtig. Nicht wahr? Hier ist kein Eisen. Alles hab ich dir ja nicht vergessen. Gut, dann weiter. Ja, dann wieder hoch. Hier gefällt's mir, keine Creeper. Schön schön. Ja, keine Creeper ist toll. Hab ich mir nämlich auch gerade gehört so gedacht. Hoffentlich sind hier keine Creeper unten. Vielleicht Creeper sind unsere Erzfeinde geworden. Oh ja. Ich glaub, das ist aber von jedem Minecrafter der Erzfeind. Ja, so ein Creeper. Creeper, geh nicht mal um den Sack, aber hier ist Eisen. Wir haben schon ein bisschen was an Eisen. Du kannst schon mal ein bisschen Stein sammeln für den Ofen. Weil Creeper immer überrascht kommt. Nie. Oh ja, stimmt. Naja. Mach hier hinten in unser Lager rein. Krass. Ja. So, wir haben 30 Eisen. Das ist gar nicht mal so schlecht, die Ausbeute. Eigentlich schon für ein paar Sachen. So. Mach den Ofen. Gerne. Ups. Na egal. Schick. Ofen! Oh Mann, du erschreckst mich immer wieder. Was, was ich Ofen gesagt hab? Ofen! So, dann buddel ich mich mal hier weiter. Versus, buddeln wir uns. Übrigens, hier in dem Spiel kann man keine Diamanten finden. Hat auch einen Grund. Und zwar kann man nur Diamanten finden. Zum Ende hin gibt es ein Event, das heißt dann Feast. Und Feast ist dann so viel wie, ähm, ja, du wirst gefüttert, das sind dann Sachen, da gibt's dann Diamantrüstung und so weiter und die direkt auch verzaubert sind. Und das ist natürlich gut. Und zwar richtig gut genug. Ich denke. Hier ist kein Eisen. Was ist das, such mit mir? Ach ja, ich hab mir grad nur noch schnell. Dein... Dein... Hä? Du hast grad so geknackt. Ja, ich weiß. Warum hast du geknackt? Weil ich mir grad die Nase gebrochen hab. Achso. Ah, guck mal hier! Wie schön! Eisen! Nein, guck mal in meine Richtung. Äh, ja, ich bin in die falsche Richtung gelaufen. Ja, guck mal in meine Richtung. Wo ich grad, äh, gebaut hab. Öle! An der Workbench. Ja, hier ist alles voller Eisen. Wir haben, glaub ich, da waren direkt gleich eine Rüstung. Und hier ist auch eine Sackgasse. Aha, sehr schön. Ich mag Sackgassen. Wenn da keine Creeper drin sind. Keine. Eisen. Eisen. Da hinten leuchtet's. Oh, leck. Da hinten leuchtet's. Hier ist alles voll mit Eisen, aber da hinten leuchtet's trotzdem. Da geht's raus. Und ich hör hier ein Skelett, mindestens, und, äh, Spinn. Komm, alles mitnehmen an. Eisen. Da unten ist ein Skelett, komm, töten, töten, töten. Ne, ne, komm, ist egal, was? Wir haben doch nix an großen Waffen und sowas. Ich geh jetzt nur hier mal zur Seite und hol das Eisenstück hier. Da unten ist Lava. Wow, da war grad eine Spinne. Ach, guck mal, weißt, wo wir sind? In einem Creepernest. Guck mal, da sind unsere Freunde gegenüber. Ich freu mich richtig für ihn. Ein Terrorist. Oh, da ist auch nochmal Eisen, da unten. Und da ist Lava, da unten. Ja, da ist eine Spinne. Wo ist die Spinne? Ja, da unten hat sich kurz eine hochgepackt. Weil die kam ganz kurz. Mach mir keine Angst, ja. Oh, da ist die Spinne, bei mir. Oh mein Gott. Nein, nicht essen. Hochspringen. Gut. Komm, nach oben wieder. Lass uns wieder zu uns zurückgehen erstmal. Wo ging's denn zu uns zurück? Ich weiß, es kommt doch hier lang. Da lang, komm. Ich hab nämlich Angst. Ach da, ich seh schon, da leuchtet. Ja, wer hat den Durchblick hier? Ja, du bist hier das Genie. Was? Wie viel ist das? Boah, okay, wir sind so reich, wir sind so, naja. Sind wir nicht. Setzt ihn. Sind wir nicht. Wir machen erst mal zwei Schwerter. Oh ja. Will ich mich hier schon um einiges essen? Ja. Oh, nicht wachunger, gleich. Wenn wir was zu essen, hast du irgendwas gebratenes? Nein. Wir sollten einfach aus den vielen Öfen, die, äh, Steinen, die wir jetzt gesammelt haben, einfach noch einen Ofen machen. Was hältst du von der Idee? Da ist sie? Ich bin ein Genie. Guck, mach mir das da rein. Und jetzt hier, hast du Rindfleisch oder so? Nein, ich hab nur Hündchen. Ein Hündchen. So, ein Mist aber auch. Oh ja. So, ich hab also jetzt zweimal Eisenstiefel. Und zweimal Helme. Hier ein Helm für dich. Warte. So. Und hier einmal ein Eisenstiefel für dich. Oh, hab ich noch... Hallo? Du futterst mir einfach, einfach alle beide Steaks weg? Ja, ich brauchte was, aber ich hab ein Hündchen reingelegt. Ja, toll. Ein Hündchen kannst du doch nicht vergleichen mit einem Steak. Du hättest mir auch eins, äh, lassen können. Bin ich aber wenigstens voll und verhunger nicht. Ja, toll. Und ich verhunger nicht, oder has? Nein. Danke. Sack. Dummer Sack. Oh man, ich glaube, wir kriegen eine ganze Rüstung voll schon, oder? Nein, nicht ganz. Hä? Kriegen wir schon eine ganze Rüstung von Lanzen? Oh, ne, weiß ich nicht, aber du stehst mir im Weg. Ich auch. Okay. So. Ähm... Nein, kriegen wir nicht. Hä? Hast du gerade Eisen rausgenommen? Nein. Gut. Wir brauchen 32 Eisen noch. Noch 32 Eisen? Ja. Bisschen hart, ne? Ja, komm, dann gehen wir halt nochmal hier ein bisschen gucken. Gucken, gucken. Meine Mutter hat genießt. Ah, seine Spinne. Ah, seine Spinne. Ich mag keine Spin. Spin machen Aua. Wo bist du? Beim Eisen. Bist du runtergegangen da? Noch nicht, aber ich bin gerade dabei runterzugehen. Oh. Nein, ich bin nicht da runtergegangen, wo die Spinne war, ne? Also, falls du das denkst. Oh, hallo Spinne.